So Leute, und damit was sonst ist, fach ich dir dann, mit Toss. Ja, mit Toss. Die beide gerade am Essen sind. Nee. Ja. Hm-hm. Würde ich nie tun. Doch. Nee, cool auch nicht. Ach ja, Slimes. Ich hatte ja in der letzten Folge Slimes geknallt. Schön. Slimes geknallt vor allem, ne? Hahaha. Warte. Ach nee, mit dem Schwert geht das doch. Okay. Also kommen doch welche raus. Das ist egal geworden. Wurde ich doch, dass da irgendwas war. Hm, ist klar. Und jetzt heißt das, dass wir zurück müssen. Wir haben jetzt Slam-Bälle. Und T.S. sagt wieder. Ja. Hallo. T.S. sagt Hallo. Die will's auch wieder raus. Hm. Oh Mann, ich will doch nur ne Katze. Ne Kotze? Ne Kotze. Kotze ne Katze? Kotze ne. Eine Nü-Nü-Nü-Hahn-Kett. Nü-Hahn? Das heißt es japanisch aus. Nü-Hahn. 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 Wacker, wacker, wacker. Wacker, 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 wacker. Wacker, wacker mach ich gleich hier, wenn ich den Scheißding nicht finde. Wacker, 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 wacker Das ist nicht Centus Rülps-Update. Jaja, ist klar. Wer Rülps ist hier? Du? Nee. Doch. Immer nur, wenn ich mit dir spiele, kommt so was raus. Weißt du, wenn ich alleine aufnehme, da ist kein Ton zu hören vom Rülpser. Ja, hätte ich das auch gesagt. Ganz schnell. Ist aber so. Ey, ihr kleinen Flitzer, lass mich in Ruhe. Oh, ich dachte gerade... Ah, das sind aber nur Schweine gewesen. Hahaha. Ja. Und du hast dich ja zugesellt, ne? Zu dem Schwein. Ja. Irgendwo muss ich ja hin. So. Aber ich glaube, hm. Was denn dafür? Weiß ich nicht. Gut, dass ich auch ohne Koordinaten mal so hin muss. Ich finde es aber schön. Was nett ist, wenn du einen brennenden Zombie schlägst und der dich dann in Flammen setzt. Hat doch was. Ja. Alter, das ist glätt. Ich weiß, du stehst da drauf. Weil man dich in Flammen setzt. Ja, da bin ich zu heiß. Wow. Heiß. Heiß! Heiß, heh. Nicht Eis, Eis, heiß, baby, sondern HEIS. Heiß, HEIS, BAYY. Ey, ist nicht wahr! Aaaaaaaah Kralalala Krill doch nur eine Kratzi Mie Kratzii Der Dschungel ist doch gar nicht so groß Mhh so ein kleiner Pisskack Dann guck doch ob irgendwo Höhlen sind Aber da rennen die auch gerne mal rein Ah, mhh ist klar Ja ist wirklich so Halt dobe Viecher in dem Spiel Minecraft In real life sagen die mal Der leckt mich im Arsch Lass mich in Ruhe Na 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 Boah ein Lied Hi Schaaf Lied Schaaf Tschüss Ein Ähm Gravel Eine Gravel Ich brauche vielleicht wie das hier los Gravel Lawine Nein eine Fliegende Graveline Die ich zum runterfallen gebraucht hab Jaaaah Uh, da oben ist ein Apfel Mhh 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 Boah Was war das sehend Ja das kommt wegen diesen komischen Erdnusskrachern da Ne ne Natürlich Nein Ich hab ihn auch ganz schnell gemutet noch Weil du fast verreckt bist ne Nachdem ich immer ordentlich gewusst hab Mhh Warum ist nichts Mhh Mhh Schieet dir gleich eine hin Mhh Bitmaaaan 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 Jaa Keine Sprache erinnern Ach du musst gerne die Sprache erinnern Hab ich gehört Nö Haben wir auf Multicore gesetzt Das wieder Achja Mhh Vielleicht wird sie jetzt besser ohne dass der Shunk Probleme gibt Kennst du das wenn du Opcifan drauf hast und dann irgendwie auf ne Tripplatte oder so drehtest Mhh Dass da mit einmal der Shunk komisch bin Ist aber nicht nur da Mhh Ja und bei was anderes Da war nicht will ich gern Und ich bin ja mal gespannt ob das immer noch ist Mhh Ach man das ist doch nicht wahr Äh Doch Wie gesagt mögen dich nicht Mhh Merk's Mhh Du bist ein Zwerg Ich weiß Otzwiecher Wotzkotz Wotziwotzi Mhh Ernsthaft wenn 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 das wirklich mein letztes Ziel ist Bin ich einfach das Projekt so Mhh Scheiß Katze Mhh Ich Wie lange ist es hier an so Sonst wie ich jetzt hier reingucke Mhh Erneute Dschungelsuche beginnt Folge 49 Wir haben Folge 60 gerade Mhh Mhh Hier kochen Du hast Glück gehabt Mhh 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 Es wandern ist es Mündersfluss Die schwarzen Dinger schmecken wie Seife Mhh Natürlich schmeckt auch noch Seife Mhh Ich hab mir sogar aufgehoben Ich dacht das wären die Besten Mhh Vergonke Scheiße Mhh Mhh ich bin nicht so weit entfernt von mir die müssen aussehen wie so ein lebender kfc eimer man muss dann nur so dementsprechend das texture pack bearbeiten ja läuft so ein lebender kfc eimer rum ja ist klar die leute mal denken ja ich auch nicht damit müssen die leben bei uns beiden die stört das dann gar nicht ja genau das würde ich auch sagen ich glaube ich würde meinen arzt rufen an deiner stelle brauche ich nicht du eierkopf oh nein oh doch mein kopf ist kein eierkopf mein kopf ist kein eierkopf ah oh donkey kong donkey kong oh ja donkey kong ich bin gleich zuhause toll ich habe schon wieder zehn minuten gleich verschwendet ja schön auch mit meinem nachhause wickler ich nehme mich einfach gleich um macht das viel spaß ich habe keinen bock mehr kein bock mehr kein bock mehr wenn ich dort nicht so eine Katze sonst finde wir wenn ich so eine katze nicht finde hier auf nanananananana na habe ich noch einen blaze oh les leeeeck mal mad carbon leck mich alle füße gwakirm so magma cream ähm, was war das? was denn? eine Perle, Lohnrute, Magma-Creme und Gas-Train ja eine Perle Lohnrute Magma-Creme und Gas-Train ok, das Ziel ist auch erfüllt jetzt hab ich hier nirgends einen Stift ha hu ha oh man ich ändere gleich das Ziel für mich selber Katze oder Hund zack, zack, erledigt jetzt finden wir nur drei Aufgaben und das wird jetzt essen röser, Beacon nee, hast du schon ach ja, du warst schon mal bei so einem Ender-Ding, ne? ja, nein, war ich nicht ja, das musst du aber auch erst finden ja, deswegen sag ich jetzt drei Aufgaben ja, und den, und das Drachenei Leuchttfeuer Ender-Portal und das Ender-Drachen-Tegner nicht, ah, Bösa war kein Ziel, ne? nein, in der Fall war kein Ziel boah, ist das wie hiederlich so, zack, zack, jetzt mal alles, was ich nicht brauch, wegtun weißt du, der Dschungel wird immer größer und immer größer aber keine Muschi Mann der Katze, Mensch vor allem keine Muschi Musch, Musch Musch, 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 Musch ist doch nie wahr ist ja wohl wahr ja, ich bin lustig oh creeper wait her, lass mich weg nein geh weg bist du nicht tot? oh, da kommt noch einer nein schade wo ist er? ist das schade er hätte es ruhig sterben können boah ja, die Dschungel sind gefährlich dafür na, ich weiß, ich bin gemein, ne? ja naja, bin ich gewohnt ja, von mir sowieso oh, Mino oh, Mino ach ja verreckt doch einfach mal verreckt nein lass mich mit dieser Hustereien hier von dir ist unverschämt ja, ja let's play, ey dann rülpst du noch hier rum in der Wildsau genau denk ich mir, bei dir auch immer oh, das ist das ist jetzt aber nicht nett gewesen, okay? extra für dich ja, und ich hatte gerade Weingummis, okay? Weingummis mann, ich find keine Mietzgatz geie Viertelstunde im Kackdschungel rum, da findst du keine Mietzgatz ein Geier ein Geier ein Geier welches ein Geier ein Geier und du hättest gern meine nö nicht? dachte ich nö naja, du hast ein Scharen, ehrlich nö hm 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 Hm, könnte ich schon wieder so so eine Viertelstündchen mich hinlegen naja naja du bist doof hm nö doch warum einfach auch nicht? du bist einfach nicht doof du nimmst einfach meine Folge mit auf Ja Such einfach mal ne Katze für mich Ich sag einfach, ich hab's dann abgehakt Und fertig Das ist klar, vielleicht Ja, Sven, du suchst einfach ne Katze Die Folge lag dich bei mir dann hoch So sehe ich auch aus, das ist klar Ja, ja Das ist auf jeden Fall ne gute Idee Nein Ich find's für ne gute Idee Mir gefällt die Idee Mir aber nicht Doch Und jo Leute, dann würden wir sagen Bis zum nächsten Mal bei Spiral Challenge Ciao, ciao Plup, 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 plup